Mitten in London wird ein Baby aus dem Kinderwagen gerissen und auf einem Floß in die Themse gestoßen. Lacey Flint von der Floßpolizei ist gerade noch rechtzeitig zur Stelle, um eine Katastrophe zu verhindern. Aber wer könnte ein unschuldiges Kind töten wollen? Für DCI Mark Josbury kommt der Angriff nicht überraschend. Schon lange hatte er eine Gruppe junger Männer im Visier, die vom Hass auf Frauen angetrieben wird. Josbury und sein Team befürchten, dass weitere Gewalttaten folgen werden. Und Lacey Flint könnte das nächste Opfer sein. Denn der Anführer der Gruppierung kennt ihr dunkelstes Geheimnis.